Junkfoodtaster.com ist Folge 2270 und ich verkoste jetzt von Vitasia den Limette Drachenfruchtjoghurt. Ja, Vitasia ist ja das Asien Label vom Lidl, genau 5% Drachenfrucht ist hier drin. Und Drachenfrucht heißt übrigens nicht Drachenfrucht auf Englisch, sondern der andere Name dafür ist Peter Haier und tatsächlich ist auch nicht Asiatisch, sondern das ist aus Mittelamerika. Genau, das ist hier mein Wikipedia Wissen. Genau, und diese Drachenfrucht ist irgendwas aus der Familie der Kakteengewächse. Genau, so sieht der Joghurt aus. Man kennt ja noch dieses Caps Dragonfruit. Genau, das werde ich jetzt mal futtern. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich da jetzt durch waschen soll. Ja, verzichte ich mal drauf. Wollt ihr, dass ich bei so einem Joghurt die einzelnen Zutaten auswasche? Ja, ist auch irgendwie was Weiches drin. Schmeckt ganz angenehm. Ja, so ein bisschen wie Ginger Ale, also Ingwer, so ganz leicht erinnert mich das daran. Es ist jetzt geschmacklich jetzt nicht so die Bombe, aber angenehm, kein Problem. Deshalb auch das Win. Genau, ähm, habt ihr das gegessen? Habt ihr Drachenfrucht schon mal gegessen? Schmeckt euch das? Ja, das wäre es eigentlich ein bisschen. Genau. Drachenfrucht schmeckt eigentlich gar nicht so intensiv nach irgendwas. Egal. So, das war jetzt jetzt die Lime und Drachenfrucht, die wir bekommen. Und die Drachenfrucht ist also called Peterhaier. Ich denke, nur in Deutschland ist es der Drachenfrucht. Und es ist wie ein Frucht aus Lateinamerika ausgestattet, aber auch in China und Vietnam. So, das ist vielleicht der Grund, dass die Asien manchmal auch sehr lieben. Ich denke, persönlich, dass Drachenfrucht nicht wirklich sehr intensiv in der Taste oder so. Oder so, dass das Produkt jetzt die Win. Weil es ein sehr smooth Produkt ist. Es hat mich irgendwie ein wenigstens an, um, Ginger zu erwähnt. Ja. Drachenfrucht ist nicht fruiting. Ähm, ähm, nicht intensiv. Ja. So, jetzt haben wir, wenn ihr die Drachenfrucht habt. this one maybe I should review a dragon fruit itself without anything checking it out all right yeah basically that's it do you like Asian inspired food thanks awesome